Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. Januar 2023, kam es gegen ein Urnull im Taunussteiner Ortsteil Wehen zu einem folgenreichen Wohnungsbrand. Bei dem Feuer kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich selbst noch in Sicherheit bringen, bevor das Feuer und der Rauch sich auch auf den Flur ausbreiteten. Eine weitere Person, die sich über eben diesen Flur ins Freie retten wollte, verstarb nach Angaben der Feuerwehr noch an der Einsatzstelle. Vor Ort eingetroffen begann die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten. Nachdem das Feuer gelöscht und der Treppenraum rauchfrei war, konnten die übrigen Bewohner des Hauses sicher evakuieren. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.